Willkommen meine Krapfen Wir haben einen Gewinner und zwar Minix Herzlichen Glückwunsch von mir Da hat ein Precursor Einen fette Smiley schicke ich dir auch GZ GZ Ja Das nächste Mal wird es über Facebook laufen Also unten den Link verfolgen Oho 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 Demarung Oho Also bleibt dran bleibt dran bleibt dran Nix und weiter gibt es dann 10 Euro Paysafe So schauen wir ob er es bekommen hat Schauen wir ob er es bekommt Schauen wir ob er es bekommt Was ich falsch geschickt habe So Ok willkommen ja So meine Krapfen willkommen Ihr habt den Gewinner schon gesehen So für den nächsten Gewinnspiel Müsst ihr im Link Da drauf klicken Im Link drauf klicken Auf Facebook dann liken Und vielleicht einen Kommentar hinterlassen Wir machen das auf Facebook Weil das dann vielleicht ist Wenn ihr gewonnen habt Schreibe ich euch direkt Ihr könnt mich dort abonnieren Und auf jeden Fall bei YouTube abonnieren So Das ist somit auch gleich Nix und Gewinnspiel 10 Euro PCF in Freitag Auch mitmachen Warum nicht So Die Musik kommt von No Copyright Music Ich verlinke Lash auch Musik sogar Ja die machen nice Musik dort Auf jeden Fall Sonst mache ich ja keine Werbung auf meinem Kanal Aber die machen echt Echt Muss man schon sagen Muss man schon sagen So Gut Ähm Ja Verfolgt meinen Kanal weiterhin Medizin Europäische Hifter Ich glaube das Taugt euch sicher Ja Nebenbei Nehmt ihr schon gibt was Vielleicht kommen noch neue Abonnenten Oder schaffen noch 100 Abonnenten Nein das wäre für mich schon brutal gut Ja Manche lachen ja überall Ja Ist halt so Manche ist das viel Auf dem March ist das zu wenig So Schauen wir mal 1 2 3 4 Oh Chapriker Nein Keiner Seht ihr Echt Chillige Musik So für Kanal Jetzt hört doch bitte mal auf ey man Ohne Witz Ohne Scheiß Ohne Scheiß Weißt denn der ist mal Echt am Sack geht der mir Keinen bock Keinen bock Keinen bock Keinen bock Ich muss da weg Das nervt mich echt So hart Witz Ich habe mir diesen Pass geholt Weil es eigentlich Ah Ruhiger ist Aber na Schloß Schloß Du Schraub Gibt's Nix Komm Nein Disconnect Ah doch nicht Schwer wäre gleich ausgezogen Schwer 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 Ah Schwer Schwer Dann Dann So wir werden noch 20 stück kaufen Hey Arsch mich hinein 20 stück Und dann kauf mal goldene ich hab mit exotische nicht so viel glück hey dieser mojo bringst mal glück so meine kinder zogen grad voll aus wie wenn sie ein prick as a woman hätten ach gott dieser blaster master ich habe auch eine kleine geschichte zu den blaster master ich dachte es sind brücke für ein gewehr habe mich gefreut wie krabbe leider umsonst wenn ich zerlegen oder ja ich bin reinhauen oh haha war der crazy man voll crazy dicker ja nice dankeschön so blaster master hat mir dann doch noch glück durch bracht seht ihr dieser mojo bringt mir glück ich sag es euch dieser mojo ist echt echt gefährlich kauft alle mojo mojo wird preise ja ich bleibe die preise hoch jetzt tut mir leid ja und geht es jetzt um gewinner habe ich eh schon gesagt dass er ja ja vor dem video ja schnell ist schon eine mojo ein horn ein hoh ein hoh ein hoh ein hoh bis das nicht nichts wichtiges dem 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 soll ich sehen was wer dir da wo es 530 ich gehe kaputt also so billig sind die jetzt schon mittlerweile okay alles klar alles klar alles klar alles klar alles klar so eigentlich wollte ich jetzt habe ich mich doch verführen lassen auf exotisch macht aber nichts so ich bin prickleser dann auf facebook gehen und dann ich habe so ein dankes rede geschrieben von euch und dort leichten macht sie für nächsten gewinnspiel am ersten am zweiten ersten mit und für freitags jeden freitag 10 euro psf werde ich noch was extra auf facebook so ein video posten und dort genau das gleiche und dann kann einer von euch 10 euro psf gehen vielleicht auch 25 vielleicht auch 50 mal schauen wie ich schon drauf bin meistens bin ich eh gut drauf meistens bin ich eh gut drauf ich weiß nicht 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 ich weiß nicht